Wichtig ist, dass die Jungtiere bei der Mutter bleiben. Jede Mutter hat nur ein Junges. Die Mutter oder ein anderes ausgewachsenes Gruppenmitglied dürfen das Kleine nicht unbeobachtet lassen. Es könnte Raubtieren zum Opfer fallen. Gefahr droht diesen Lemuren vor allem von der Fossa, eine kleine endemische Schleichkatzenart und das meistverbreitete Raubtier der Insel.